Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir uns im heutigen Video mal so ein bisschen die Prognosen für 2023 anschauen. Beziehungsweise, was ist so mein Fahrplan? Was denke ich? Wie geht es weiter nächstes Jahr? Werden wir eher in einen Bullenmarkt gehen? Werden wir in einen Bärenmarkt? Oder wird es einfach ein komplett langweiliges Jahr 2023? Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen, was wir vielleicht beachten sollten. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die kostenlose Telegram-Gruppe für Talk und Signale natürlich. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt durch. Ja, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Viele Prognosen kommen jetzt so langsam aber sicher raus. Ja, was wird in 2023 passieren? Was macht die FED? Was passiert mit dem Bitcoin-Kurs? Was macht ein Bullenmarkt? Was macht ein Bärenmarkt? Das alles werden wir uns jetzt mal angucken. Erstmal ganz kurzer Blick so auf den Chart generell. Was ist denn dieses Jahr alles passiert? Wir haben Zinserhöhungen wie blöde bekommen. Am Anfang des Jahres war noch alles, sag ich mal, in einigermaßen Rahmen, beziehungsweise hat sich das alles so im Dezember angedeutet, wo wir dann unser Top letztes Jahr gebildet haben, November, Dezember. Dann ging es bergab. Zinsen mittlerweile bei viereinhalb Prozent angestiegen in den USA, auch in der EU. Und überall werden die Zinsen nach und nach erhöht. Es gab eine FTX-Pleite. Es gibt was weiß ich, was noch alles pleite war. Viele Shitcoins, Rugpulls etc. pp. War dieses Jahr. Also wir haben ein spannendes und sehr negatives Jahr hinter uns. Natürlich auch Krieg, was natürlich auch die Kurse zusätzlich nochmal beeinflusst hat. Energiekrise, steigende Transportkosten etc. pp. Alles haben wir dieses Jahr jetzt hinter uns gelassen. Und trotzdem hält sich Bitcoin bei 17.000 US-Dollar. Klar, was heißt trotzdem, wir sind unter unser Low vom letzten Top gefallen, passiert. Wir sind weiterhin in einer schönen Falling-Redge-Formation, was uns etwas Hoffnung geben könnte für das Jahr 2023. Aber trotzdem sollten wir auch ein bisschen auf die Risiken eingehen. Klar, wir können jetzt gleich mal damit anfangen, wo haben wir es denn, was die FED gesagt hat. Gestern war FED-Sitzung. Ich denke, das Video wird heute auch noch im Laufe des Tages online kommen. 4,5 Prozent haben wir jetzt einfach einen Leitzins in den USA. Das hat natürlich die Märkte wieder ein bisschen beeinflusst. Die Rede an sich war nicht wirklich bullisch. Es war eher ein bisschen hawkisch, also bearish gerichtet. Sie wollen die Zinsen länger auf 5,1 Prozent. Also das ist das vorübergehende Top. Darauf gehen wir jetzt erstmal ein, das vorübergehende Top von 5,1 Prozent. Natürlich, die Inflation ist immer noch hoch mit 7,1 Prozent in den USA. Die wird meines Erachtens nach aber trotzdem relativ flott fallen. Und warum ist das so, meine Ansicht? Weil wir einfach einen Ölpreis haben. Also nur als ein Beispiel. Wir können es auch mit dem Gaspreis, wir können es mit dem Weizenpreis, wir können es mit allem drum und dran machen. Auch mit den Transportkosten, die natürlich durch diesen ganzen Ukraine-Krieg im Februar in die Höhe geschossen sind. Da waren wir bei knapp 125 US-Dollar pro Barrel Öl. Seitdem sind wir jetzt deutlich gesunken und tendieren es, glaube ich, so in dem 80er-Bereich. Da oben sehen wir das Brand bei 82, WTI bei 76. Also fast 40 Prozent einfach niedriger. Wo wir jetzt, sage ich mal, vor einem Jahr dann ungefähr waren, sollten wir diese Preise halten und danach sieht es momentan aus, weil der Ölpreis deutlich nachgelassen hat und ich denke auch noch, dass es noch ein bisschen tiefer geht, wird sich das natürlich auch auf die Inflation. Inflation müsste, denken wir, ist immer ein Jahr rückwirkend. Das heißt, die Inflation, die dann bemessen wird, im Gegensatz zum Vorjahr, wo dann im Februar, März kommt, wird wahrscheinlich deutlich niedriger sein. Was dann natürlich auch die FED wiederum dazu bringen könnte, okay, wir haben jetzt unser Inflationsziel vielleicht von 2 Prozent. Wir haben Zinsen, die höher sind als die Inflation. Das ist natürlich auch nicht gewollt, weil die Inflation ja immer 2 Prozent eures Vermögens einfach auffressen soll. Wie, wo, was, Begründung gibt es keine. Hauptsache 2 Prozent jedes Jahr ein bisschen weniger. Aber so ist die Begründung. Und da kann er noch sagen, wir haben noch viel zu tun oder Sonstiges. Was er will. Sie gehen erst 2024 davon aus, dass wir 4,1 Prozent runtersenken werden. 2023 soll es dann noch mal ein bisschen tiefer in den 3-Prozent-Bereich gehen. Glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Der Arbeitsmarkt ist zwar noch relativ stark. Die Frage ist nur, wie lange können sich dieser Arbeitsmarkt überhaupt noch so halten. Das ist dann auch wieder so ein Punkt für nächstes Jahr, der uns dann eventuell auch noch mal zu Verhängnis werden könnte. Beziehungsweise für uns ist es dann positiv, wenn die Arbeitslosenzahlen weiterhin steigen. Aber trotzdem, das wird, ich denke mal so die ersten, ich sage jetzt mal zwei, drei, vier Monate oder sagen wir einfach mal so grob das erste halbe Jahr könnte noch mal heftig werden, meines Erachtens sagt. Viel Seitwärtsphase, vielleicht noch mal mit einem Dump, um noch mal ganz kurz auf den Chart zurückzukommen. Die 13K oder einfach noch mal ein Lower Low, so in dem 14K-Bereich, sind meines Erachtens noch nicht raus. Ihr kennt diese grüne Zone aus den ganzen Videos und so. Diese 12, 13K einfach hier unten, wo wir noch so ein kleines Void haben. Diesen Bereich würde ich gerne einfach noch drin lassen. Gehe ich auch möglicherweise, also das ist wirklich mein All-Time-Low einfach, wo ich jetzt davon ausgehe, dass es möglich ist, dass wir hier einfach noch konsolidieren, über Monate und dann vielleicht das unser Breakout kriegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem das zweite halbe Jahr, das zweite Halbjahr 2023 deutlich bullischer wird. Auch wenn wir Energiekrise haben, das sollte sich alles Richtung Sommer dann beruhigen, dann ist wieder so ein bisschen Sommerlochzeit. Was dann aber natürlich auch noch dazu kommt, ist ja nicht nur die ganzen Preisdaten, die jetzt dann so langsam aber sicher fürs nächste Jahr dann eingepreist werden und deutlich zurückgehen sollten. Wir haben natürlich auch noch CBDCs. Und das ist meiner Meinung nach so ein Ding, was nächstes Jahr immer mehr, sage ich mal, ans Fahren kommen wird. Und EU macht Testphase, USA macht Testphase. Überall werden CBDCs langsam aber sicher, sage ich mal, normale Währungen ablösen. Beziehungsweise wird es das halt alles nicht mal in Papierform geben, sondern alles digitaler. Noch mehr Überwachung, noch mal jeder weiß, wo deine Ausgaben hin sind. Was weiß ich. Das wird auch alles, meines Erachtens, nächstes Jahr ein riesengroßes Thema einfach werden. Da könnt ihr euch natürlich auch, jedes Land oder sehr, sehr viele Länder arbeiten einfach daran. Man mag halten, was man davon will. Ich bin da absolut gegen, also gegen sowas, einen Knopfdruck und du hast einfach 100 Millionen mehr. Du musst den Scheiß nicht mal drucken. Du hast das alles digital, den ganzen Müll. Du hast Überwachungen. Du koppelst einfach nur noch alles an so eine CBDC ran. Ich bin einfach kein Fan davon. Aber das wird nächstes Jahr immer und immer mehr kommen. Und natürlich auch mehr Regulierungen. Was natürlich einerseits positiv ist, es gehört reguliert. Wir hatten diese ganze FTX-Scheiße. Wir haben Binance-FAT, der jetzt aktuell zum Beispiel wieder raus ist. Es gehört der ganze Kryptomarkt, meines Erachtens, einfach reguliert. Es gehört einfach dazu, damit sowas wie FTX, wo einen Haufen Leute ihr Geld verloren haben, einfach nicht mehr passiert. Jeder Scheiß gehört meines Erachtens nach, was börsenmäßig, wo einen Haufen Kohle hinterher liegt, nicht zentralisiert. Sorry, das war jetzt ein falscher Begriff. Einfach ein bisschen reguliert. Dass man weiß, okay, wer sind die Personen dahin? Dann wird da sauber gearbeitet und wird nicht mit dem Geld irgendwelche Zwei-Zimmer-Appartements in den Bahamas gekauft und das als Firma ausgegeben. Sowas meine ich halt einfach. Das gehört einfach reguliert. Und das können wir natürlich auch für den Kryptomarkt, weil CBDC ist ja angesichts Anti-Krypto, muss man ganz ehrlich dazu sagen. CBDC ist der eigene Weg für eine eigene Kryptowährung, nur ergänzt Bitcoin, also gegen Bitcoin. Und da wird es nächstes Jahr, denke ich, nochmal extrem, extrem spannend werden, wie das alles weitergeht. Wir haben diesen ganzen Umweltfad, der immer noch da draußen rumgereist hat, mit, ja, Bitcoin ist so umweltfreundlich. Das spielt natürlich da auch alles mit. Meint ihr wirklich, das hier ist alles viel, viel besser? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Verbrauchst wahrscheinlich noch mehr Energie als Bitcoin oder Sonstiges. Aber da wird schon noch einiges nächstes Jahr anstehen. Also auch wenn wir hier, ich habe jetzt einfach mal so einen Artikel rausgesucht, da gehen wieder Leute von, ich rechne von 100, 300, wahrscheinlich um die 150.000, wenn ich sowas schon wieder sehe. Keiner weiß es, keiner weiß es. Ganz ehrlich, meine Prognose, ich wäre froh, wenn wir nächstes Jahr vielleicht gegen Ende des Jahres die 100k kratzen. Wir haben dann 2024 erstes Halving. Also es dauert natürlich auch noch ein bisschen. Wäre möglich, wenn die FED ihre Zinsen senkt, wenn wieder mehr Geld in den Markt gepumpt wird. Ihr müsst euch vorstellen, Wahlkampf beginnt dann auch langsam, aber sicher wieder. Ja, es ist wieder soweit. Wahlkampf beginnt. Das könnte natürlich auch alles noch mit da reinspielen. Und da sehe ich dann eher so, deswegen auch so eher so zweite Hälfte, die erste Hälfte wird noch ein bisschen, auch jetzt mit dem ganzen Binance und FTX, bis sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat und so. Glaube ich zwar, okay, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir vielleicht den Boden jetzt im vierten Quartal, wie ich schon vor Monaten gesagt habe, bilden könnten. Gehe ich weiterhin einfach davon aus, dass das ein möglicher Ausblick sein könnte, dass dieser Boden dann jetzt mittlerweile entweder schon gefüllt ist oder in den nächsten zwei Wochen noch gebildet wird. Je nachdem, der FAT ist schon wieder groß und die Aussichten jetzt noch nicht so bullisch. Haben wir uns ja gerade charttechnisch ein bisschen angeguckt. Es lässt alles ein bisschen nach. Was da natürlich noch in die Karten spielen würde, okay, wir hätten noch Frieden in der Ukraine, dann hätten wir komplett bullische Daten überall. Inflation sinkt, die FAT senkt ihre Zinsen. Das spielt dann alles wieder rein. Das wäre so ein Haufen bullische News, die ich dann aber erst so gegen, ich sage jetzt wirklich mal zweites, eher drittes Quartal dann wirklich erst erwarte. Ich glaube, die ersten Monate werden einfach nochmal ein bisschen holprig, vielleicht mit ein paar Fake-Outs nach oben, vielleicht mit ein paar Fake-Outs nach unten oder so. Aber da kommt nächstes Jahr eine Menge. Dieser ganze CBDC-Kakt ist dann glaube ich eher so ein bisschen das, wo ich ein bisschen mehr Wert darauf legen werde. Natürlich auch ein Blick auf den Immobiliensektor, der ja auch noch kritisch ist. Und ihr müsst euch denken, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, Inflation oder Inflationspeak kommen immer zwei. Das heißt, wir hätten jetzt den ersten Inflationspeak, haben wir jetzt hinter uns. Sehr wahrscheinlich wird dann auch noch weiter sinken. Und dann geht das ganze Spiel wieder im Endeffekt von vorne los. Wir senken die Zinsen, wir drucken wieder einmal das Geld. Dann kommen die Arbeitslosendaten, die noch dazukommen, die wahrscheinlich den Kurs noch mehr beeinflussen werden, meines Erachtens nach, weil einfach die Arbeitslosenzahlen wahrscheinlich noch mehr steigen. Es wird jetzt schon entlassen, die ersten Entlassungswellen rollen schon. Die Firmen, hat auch gestern Paul gesagt, halten aber noch an ihren Personen fest, weil es einfach schwer war, die zu bekommen. Die Frage ist, wie lange kann man sich eben die leisten in Zeiten von Inflation, wo die Preise extrem hoch sind und die Leute müssen auch von was leben. Die Leute müssen ihre Häuser zahlen. Und das ist dann so dieser nächste Punkt, den ich dann auch, vielleicht kommt es erst 2024 mit dem Häusermarkt, aber das ist das nächste Ding, was einfach anrollen wird. Das sagen die Hypothekenzinsen, das sagt der komplette Immobilienmarkt und das ist halt nicht so wie in Deutschland. Wir haben hier Zuwanderung, wir haben sowieso einen knappen Wohnungsmarkt. Da müssen wir uns nicht so Gedanken machen, sage ich jetzt einfach mal. Aber USA ist nochmal ein komplett anderes Thema. Da leben die Leute von Kreditkarten. Von Kreditkartenschulden, die zahlen ihre Kreditkartenschulden mit einer anderen Kreditkarte und das geht immer so weiter. Es gibt Leute, die haben teilweise 25 Kreditkarten und zahlen davon jeden Monat ihre Rechnungen. Wenn das System kippt, dann kippt es richtig. Die Frage ist nur, kann die FED rechtzeitig dagegen steuern für den Immobilienmarkt, für niedrige Zinsen und dann haben wir das gleiche Spiel wie vorher. Es wird wieder Geld en masse in den Markt gepumpt, die Kurse steigen wieder, BTC steigt wieder und dann geht der zweite Inflationswelle los. Wir kriegen dann wieder steigende Inflation, wieder ein halbes bis dreiviertel, ein Jahr vielleicht weiter höher. Ja, und dann sind wir im zweiten Zyklus angekommen. Das hatten wir in der Vergangenheit. Ihr könnt euch an dieses eine Video, wo ich, ich glaube, ich habe es Zukunft oder so genannt, daran erinnern, wo ich darüber gesprochen habe. Es kommen immer zwei Zyklen. Zwei Zyklen hatten wir immer in der Vergangenheit. Der zweite wird meistens sogar noch größer als der erste sein. Und dann wird wahrscheinlich auch der Immobilienmarkt einfach crashen. Das ist so meine Aussicht, so Richtung 2023, aber das eher 2024. Aber es steht einfach viel an. Es wird sich zeigen, welche Börse noch überlebt, welche Shitcoins noch überleben für mich. Shitcoins sowieso erst einmal tabu. Ich habe nur, glaube ich, ein Prozent oder so in irgendwelche Shitcoins einfach mal zum Gamblen investiert. Der Rest ist weiterhin 70 oder 75 Prozent mittlerweile sogar Bitcoin einfach. Holt euch einen Ledger, holt euch eine Bitbox, holt euch alles. Aber nochmal hier die Warnung einfach. Zieht euer ganzes Geld von den Börsen ab. Auch Binance, auch wenn ich es vor kurzem noch gesagt habe, Binance einigermaßen safe. Wenn Binance fällt, fällt alles. Wenn euch das ein bisschen zu viel ist mit dem ganzen FAT, entweder Börse wechseln, was ich aber jetzt auch nicht unbedingt empfehlen würde, eher dann auf einen Ledger, auf einen Hardware-Wallet und sonstiges. Not your keys, not your coins. Das gilt auch für 2023 und das wird wahrscheinlich dann noch mehr vielleicht treffen. Vielleicht kleinere Börsen. Gibt ja auch immer noch so Spekulationen, Gate.io und sowas. Einfach sowas, vor allem von so kleinen Börsen weg. Wenn Binance fällt, dann fällt alles. Bin ich immer noch der Überzeugung. Aber die ersten, wie gesagt, drei bis sechs Monate wird, denke ich, nochmal Seitwärtsphase, vielleicht sogar Dampfphase nochmal werden, was da vielleicht noch für News kommen. Aber ja, das ist einfach nur so mein kleiner Marktausblick hier. Jetzt machen die hier oben Krach. Egal. Mein kleiner Marktausblick, wie gesagt, die ersten drei bis sechs Monate sehe ich das alles ein bisschen noch kritisch und ich denke, dann das zweite halbe Jahr 2023 dann deutlich bullischer. Vielleicht gegen Ende des Jahres mit 100k oder so. Wer weiß das schon. Das wäre mein Wunschszenario und auch mein Top-Signal, sage ich jetzt einfach mal, auf dem Weg nach oben immer weiter ein bisschen Altcoins und Bitcoin natürlich verkaufen. Und ja, mich würde einfach mal eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zum neuen Jahr? Seid ihr eher bullish eingestimmt? Seid ihr bearish eingestimmt? Kommt ein Bullrun, den wir vielleicht gar nicht erwarten und dann doch 250k, wie die eine Prognose das sagt? Oder seid ihr einfach, nee, 2023 noch nicht? Dann kommt das Halving. Bitcoin wird reduziert, die Miningrate. Ob das dann der aussteckgebende Grund ist 2024 für einen Bullrun, wir werden sehen, halten wir uns an einen Zyklus oder nicht. Nur meine bescheidene Meinung jetzt mal so gegen Ende des Jahres. Würde mich mal eure dazu interessieren. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, ist jetzt ein bisschen, hat nichts mit wirklich mit Chart-Analysen zu tun. Einfach nur so meine eigene Meinung. Wie gesagt, ja, endet jetzt so langsam. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Kommt gerne in die Telegram-Gruppen. Like da lassen, Abo da lassen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und das war es von meiner Seite. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.